Das Remake zu Resident Evil 2 bekommt eine zeitlich begrenzte Demo, Sekiro wird sich ganz anders spielen als andere Souls-Spiele und Tropico 6 hat schon wieder einen neuen Release-Termin. Aus der Internet, ich bin Michael Obermeier und das sind heute die News. Das Remake zu Resident Evil 2 bekommt eine kostenlose Demo und die hört auf den verheißungsvollen Titel die One-Shot-Demo oder die Ein-Versuch-Demo, denn man kann diese Probierversion nur für genau 30 Minuten spielen. Wenn man sich also gut anstellt, dann schafft man in diesen 30 Minuten auch das Ende der Demo zu erreichen. Wenn man sich nicht so gut anstellt, dann wird man mittendrin einfach rausgerissen. Wenn man sich jetzt super gut anstellt, dann schafft man vielleicht sogar das Ende und einen zweiten Versuch, aber nach 30 Minuten ist Schicht. Man kann diese Demo also dann nicht nochmal starten. So oder so wird man innerhalb dieser Demo dann nach Ablauf der 30 Minuten einen neuen Trailer zu Gesicht bekommen, der nochmal eine Vorschau auf die Vollversion des Remakes von Resident Evil 2 liefert. Die soll ja am 25. Januar für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Diese Demo gibt es ab dem 11. zum Download auf Xbox Live im PlayStation Network und auf Steam und das ist auch zeitlich begrenzt, denn nur bis zum 30. Ersten kann man diese Demo noch runterladen. Anhand des ersten Trailers von dieser Demo sieht es übrigens so aus, als wäre das die gleiche Version oder der gleiche Abschnitt, den man auch schon in diversen Messen auf so Anspielstationen ausprobieren konnte und das erklärt dann vermutlich auch, wo diese Zeitbegrenzung herkommt. Sekiro, das neue Spiel der Dark Souls-Macher From Software, wird sich in Sachen Progression ganz anders spielen als bisherige Souls-Spiele oder eben Bloodborne, denn diesmal wird man nicht eine Ressource wie Blut oder Seelen einsammeln, um die dann bei einem NPC einzutauschen, um bestimmte Charakterwerte zu pushen, also Stärke oder Ausdauer, sondern es wird ganz klassisch so sein, dass Gegner Erfahrungspunkte und Gold fallen lassen und mit diesen Erfahrungspunkten steigt man dann im Level auf, wenn man eine gewisse Anzahl hat, dann bekommt man einen Fähigkeitenpunkt und diesen Fähigkeitenpunkt kann man dann in einen Talentbaum investieren. Das Interessante oder Ungewöhnliche daran ist, diese Talentbäume sind nicht alle von Anfang an freigeschaltet, sondern erst wenn man bestimmte Gegenstände in der Spielwelt findet, dann schalten die jeweils einen passenden Talentbaum frei. Was ebenfalls anders ist, dass es bei bisherigen Souls-Spielen ist, man baut sich keinen eigenen Charakter mehr, sondern alle Spieler werden den einarmigen Wolf spielen, sondern den Ungnade gefallenen Krieger. Trotzdem sollen diese unterschiedlichen Talentbäume laut den Entwicklern dafür sorgen, dass man doch seinen eigenen Spielstil da irgendwie ausleben kann. Was ebenfalls anders ist, es wird keinen Multiplayer-Modus mehr geben, denn die Entwickler haben gesagt, das hätte sie zu sehr eingeschränkt beim Design der Bosskämpfe, wenn man immer daran denken muss, dass da ein zweiter oder dritter Spieler mit dabei ist, kann man Bosskämpfe eben nicht so freigestalten, wie sie es jetzt machen wollen. Der Nebeneffekt davon ist, dass man das Spiel dann aber auch immer pausieren kann, ging ja bisher nicht, weil man ja immer irgendwie online war. Das wird bei Sekiro nicht mehr der Fall sein und ebenfalls wegfallen die sogenannten Corpse Runs, also eben dieses zur Leiche des eigenen Spielers, des eigenen Charakters laufen, nachdem man draufgegangen ist, um keine Ressourcen zu verschwenden. Trotzdem soll es aber eine andere Mechanik geben, die trotzdem den Tod bestraft und irgendwie interessant sein wollen. Das wollten die Entwickler noch nicht verraten. All diese Infos stammen übrigens aus einer großen Titelgeschichte des Magazins Game Informer, das in den nächsten Wochen noch mehr Infos zu Sekiro bereithalten will. Sekiro Shadows Die Twice erscheint für PC, PS4 und Xbox One am 22. März. Tropico 6 kommt nochmal später, denn der Release im Jahr 2018 hat schon nicht geklappt. Jetzt wird auch der im Januar vermutlich nicht klappen, denn der Publisher Kalypso erklärt in einem offenen Brief, dass man sich nach dem Feedback der Beta-Spieler dazu entschlossen hat, den Release nochmal zu verschieben auf den 29. März. Dann möchte man aber das Feedback der Spieler umsetzen, um ein besseres Tropico 6 zu machen. Eigentlich ein recht löblicher Ansatz. Als kleine Entschädigung für die längere Wartezeit gibt es einen Schmankerl. Man bekommt nämlich, wenn man das Spiel jetzt schon vorbestellt hat oder noch bis zum 10. Januar vorbestellt, den ersten DLC für Tropico 6 geschenkt. Was dieser DLC beinhaltet, das weiß man noch nicht. Momentan ist nur bekannt, dass der im zweiten Quartal 2019 erscheinen soll. Diese ganze Release-Verschiebung der PC-Version soll übrigens keine Auswirkungen auf die Konsolen-Version haben. Die wird, wie geplant, im Sommer 2019 erscheinen. Das war es heute mit den News. Die nächste Folge gibt es morgen. Bis dahin, weiterspielen.